Hallo! Ach, nee! Merz! Wie möchte ich das? Komm heran! Wir sind immer noch ganz alleine. Komm heran! Komm heran! Komm heran! Wir sind immer wieder da noch schön! Hallo! Kannst du mal noch auf dich? Ich muss was sagen! Komm heran! Komm heran! Gab es die MP3 auch noch einen schlechteren Kreuz? Ja, ich hab gerade ein Hammer Zucker gehört. Na ja! Aber aus gesundem Grund, wir brauchen noch einen! Wir brauchen noch einen! Müllst ihr beim Essen nicht rauchen! Der Zeug ist aber genial gegen vierklingen Schmerzen! Ich hab gerade eine Vollklaute! Nein! Aber auch noch einen! Ist das eine? Nein! Wir brauchen noch einen! Das Zeug ist aber genial gegen vierklingen Schmerzen! Ich hab gerade eine Vollklaute! drei, zehn ach, das este mal hätte ich ja, schon noch ein anderer Fall wir sind gerade noch ein paar Mutt und ich mache das aber schon noch mal, mal gut das ist und ist auch gut ja, ich bin ein paar Mal 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 hier, auf dem liegen hey! wie ist das? Ah, Feuer, hallo! Warte, wo haben wir denn? Habt ihr alle Bierdeckel weggetan? Jetzt machen wir das, was ja die Stadiner Müsse macht. Jetzt machen wir das, was ja die Stadiner Müsse macht. Werden sogar eventuell? Ich hab nämlich nur... Oh! Ich hab den Zuckerwürfel überhaupt. Aber das Video gerade mit dem Fahrrad. Marco, das kannst du vermarken. Ja. So, jetzt Schluss hier. Kann der Olaf? So. So. Ohhhh! Oh! Wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.